willkommen auf dem kanal hierzu einen neuen test video habe ich hier bekommen hier von agrarstrahl hier diesen mercedes s klasse ja der kostet hier 67.163 euro der hatte ein bisschen verändert in den fahrverhalten und mit der geschwindigkeit und sound hat er da bearbeitet kann nicht sagen wann er kommt zum download ob er kommt zum download das ist hier handelt sich hier nur um ein test video ja also unser mercedes benz s klasse hier kostet hier 67.163 euro und hier leasing 3425 ja hier steht noch also 420 am h aber er soll irgendwas für die 220 km h nur schnell sein 60 liter tank 330 bis entsprechen 243 kw ja und unterhalt am tag das ist auch noch drin hier von 17 hier 1500 euro und wir haben hier die möglichkeit der farbwahl wie wir sehen die farbe sieht auch nicht schlecht aus für 1000 euro oder hier beispiel in den grünen sieht auch nicht schlecht aus ich glaube kennzeichen ist das hier erfurt oder was bin mir jetzt nicht sicher so und hier sehen ist es doch ein amg echt schick hier sehr luxuriös muss ich dazu sagen ich habe schon mal gekauft in einer anderen farbe und jetzt steigen wir mal ein cool aus und außen ja mit die bremsscheiben und alles recht nice starten wir mal hören wir uns mal den sound an weil er hat gesagt wir hatten einen anderen sound eingebaut echt cool muss ich sagen hat zwar noch die standardruppe drin vielleicht kommt da noch ein ein anderer rufe wow wow ich denke ja auch auch vorne recht hammermäßig wo ja 212 km h also ist nicht eingetragen also ich gebe mal bummi und schalt also sound ist auch noch drin auch das ist ich auch ich 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 bremsen gehen auch echt ganz super ich habe uns hier mal von innen drin an natürlich also ja hier innen drin echt edel armatur ja da spiel alle funktionen dann los leider bitte alle nicht animiert kann ich alles haben muss man sagen linker sound ja da wenn man hier mal licht ja hier drin auch alles beleuchtet würde man sagen jetzt der schau wir uns mal hier an also ja er hat einen aero drin dafür ist es ja hier auch ein Testvideo wie wir sehen dass er eine dds datei hier wenn man sehen nicht laden kann textur mäßig ist das schau mal das sind dunkeln und dann natürlich aber ich muss wirklich sagen fällt mir relativ ganz gut wow sehr edel hier innen drin cool gemacht das ganze schon mal von außen natürlich kommt echt gut rüber also jetzt hier schein auch da da auch hier innen drin das kann man ja hier hinten auch hier so die fernseher und man kann jetzt hier mit 0 mit 5 hier also innen drin das pinke hier einschalten und dann haben wir hier natürlich unser fernlicht also muss wirklich sagen echt schick eins bisschen irritiert dass halt das kennzeichen so grell ist also mit dem licht so jetzt gehen wir natürlich wieder ins tageslicht natürlich über so so dann fahren wir mal noch ein stück ich glaube der schaltsaut kommt echt noch ein bisschen über ja wenn dir natürlich hier das video natürlich gefallen hat würde mich natürlich freuen wenn du rein schaust damit sage ich servus bis euch euer franz